Hier haben wir drei Torzschrauben, die wir dann komplett rausschrauben. Dann ziehen wir das Rücklicht einmal nach hinten weg und können den Stecker abziehen. Dann haben wir die Clipser, die drücken wir einfach zur Seite und dann haben wir das komplette Element, schön zur Seite drücken und dann haben wir das komplette Element mit den Glühlampen in der Hand und können die defekte Glühlampe wechseln. Einmal kurz runter drücken und die neue Glühlampe setzen wir dann rein. Was ich ganz gerne mache, ich gehe immer noch mal mit einem trockenen fettfreien Lappen über die Glühlampen drüber, vor allem die, die ich angefasst habe und mache die sauber. Fett, Feuchtigkeit, beschlagen oder so ist nicht gut für die Glühlampe, wenn die dann brennen und heiß werden, dann gehen die schneller kaputt, so halten sie etwas länger. Dann können wir das ganze Teil wieder reinsetzen. Müll erstmal zur Seite räumen. Und zuvor noch hier auf der Rückseite, wo man die Glühbirnen rein macht, steht jeweils die Wattzahl. 12 Volt und dann halt in dem Fall von der Rücklichtbirne 5 Watt. So, und wenn wir das wieder reinsetzen, einfach nur feste reindrücken. Es hakt dann ein und wenn so ein Haken noch weg ist oder nicht eingehakt ist, den kann man noch nachträglich einhaken. So, dann haben wir unser Rücklicht wieder. So, dann können wir unser Rücklicht hier wieder reinlegen. Nehmen unseren Stecker. Der hat so zwei Nasen, der passt noch einmal, den kann man nicht verdrehen. Stecken den wieder rein. So. Legen wir das Rücklicht wieder ran. Vorher gucken wir, dass wir das Kabel wieder in das Löchscan stopfen, damit wir es nicht einklemmen. So, jetzt setzen wir mal vorsichtig unsere Rückleuchter an die drei Halternasen. Einmal drücken. Und ist eingerastet. Jetzt ein kleiner Trick. Eigentlich sind das Torxschrauben. Ihr seht, ich arbeite hier mit dem Schlittschraubendreher. Das geht auch. Ich habe gerade kein Torx zur Hand. Damit die nicht rausfallen und man ja Hebarmfinger braucht, um es für manche Stellen, mache ich mir mal ein bisschen Fett auf den Kopf. Und dann bleibt die Schraube auch am Schraubendreher hängen. Und dann können wir unser Rücklicht auch wieder anschrauben. Ja, dann machen wir unseren kleinen Funktionstest. Rücklicht leuchtet. Am besten die andere Seite gleich mit erneuern. Der Zahn der Zeit spielt auch immer mit. Ja, so kann man verhindern, dass man in zwei Wochen oder so wieder ran muss. Ja. Ich weiß nicht.